Aber du bist... Und Minimi, verstehst du es jetzt? Du bist ich und ich bin du. Genauer gesagt bin ich dein Erwachsenes, du. Wow, ich fass es nicht, wie cool ich sein werde, wenn ich älter bin. Sekunde, das ergibt keinen Sinn. Ich habe dir nie, ich meine ihr, ich meine, ich habe keiner von euch das Miraculous gegeben. Du hast es uns noch nicht gegeben, Minibug, weil dir noch nicht klar geworden ist, wie fantastisch ich wirklich bin. Keine Sorge, eines Tages ändert sich das. Ich krieg ein Miraculous, ist das cool? Fluff, Essen. Du musst deine Batterien aufladen. War das Frühstück oder Abendessen? Was für ein Tag wird gestern sein? War es schon morgen? Wenn es übermorgen ist, wird gestern schon wieder gewesen sein. Das Miraculous ist anscheinend sehr mächtig. Wieso benutzen wir es nicht öfter? Weil es äußerst gefährlich ist, durch die Zeit zu reisen. In Geschehnisse einzugreifen, kann ernste Folgen haben. Ups, ich muss auch meinen Kwami füttern. Ich verstehe es nicht. Wenn du aus der Zukunft bist, weißt du doch, wie das Ganze hier endet. Dein jüngeres Ich hat es selbst gesehen. Du musst also wissen, wie man Timetagger besiegen kann. Ehrlich gesagt habe ich so viel Zeit in Stein verbracht, dass ich mich kaum erinnern kann. Aber ich glaube, das Logischste wäre, ist, Timetagger zurück in die Zukunft zu schicken, damit er von den erwachsenen Superhelden besiegt werden kann. Ich kümmere mich drum. Klasse. Eine Sache weiß ich genau. Minimi muss da sein, wenn ich Timetagger besiege. Da ich mich an sie erinnern kann, muss sie eine wichtige Rolle spielen. Gut, ich hatte nicht vor, dieses Mal auf der Bank zu sitzen. Fluff, zerwandle mich! Hey Leute, schnell, kommt her und seht euch das an! Timetagger hat Jagged Stone in die Vergangenheit geschickt. Das ist Nadia Chamac! Ambrie Glacier! Bürgermeister Bourgeois! Er zerstört unsere Gegenwart, indem er die Vergangenheit verändert. War nix. Da mein zukünftiges Ich Timetagger nicht davon abhalten konnte, herzukommen, kann ich nicht so mächtig sein. Soll das ein Witz sein? Du bist eine tolle Anführerin, die größte Superheldin aller Zeiten! Und wie ist das mit Timetagger dann passiert? Wie schon gesagt, wenn Cat Noir mein Miraculous nicht zerstört hätte, wäre Timetagger nicht hier. In der Zukunft besiegst du Dr. Sadness, Diab Clipped Invaders, Pain and Tear, die Königin der inneren Dimension, Inoblia, die böse Schwester von Majestia. Also glaub mir, Timetagger schüchtert dich nicht ein. Oh, da war auch noch Monsieur Red. Monsieur Red? Auf Ladybug kann man sich immer verlassen. Sie hat für jedes Problem eine Lösung. Wie soll ich nur jemals so werden? Das kommt mit der Zeit, Minibug. Sag mal, Bunnix, sind Ladybug und ich in der Zukunft? Hey! Oh, du und sie seid viel mehr... Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Okay, gehen wir.